Also ich habe seit vielen, vielen Jahren ja gar kein Studio. Wenn ich aufgenommen habe, habe ich entweder irgendwie hinter einer Matratze in meinem Keller aufgenommen oder wir waren irgendwie in einem Hotelzimmer oder sonst irgendwas. Meine ersten Songs habe ich mit einem Joghurtbecher aufgenommen. Da habe ich ein Loch reingebohrt in den Boden, habe einen Gameboy-Kopfhörer sozusagen reingesteckt und habe dann darüber praktisch als Mikrofon auf meine Achtspur aufgenommen. Es geht alles, es ist alles anderes Quatsch. Hauptsache am Ende hört jemand deine Musik und findet die gut. Wie du sie aufgenommen hast und wer sie gemischt hat und durch welche Vorverstärker die gelaufen ist, das ist letztendlich völlig egal. Und genau, so ein Typ bin ich einfach, ich lege da nicht so viel Wert drauf.